Was geht ab Leute, Sane ist wieder da, heute mit einer neuen Analyse und zwar die Priester des Apojads. Als Enes Sky Island übernahm, gab er seinen vier stärksten Kämpfern die Aufgabe vier Prüfungen zu erstellen, um das Land Gottes zu schützen. Und diese vier Priester stelle ich euch heute vor mit ihren Fähigkeiten, ihren Prüfungen und wie man sie hätte vielleicht verbessern können, beziehungsweise wie sie verbessert sein können, sollten sie doch nochmal jemals in der Story auftauchen. Da hätten wir zuallererst mal die Priesterin-Priester, ich weiß bis heute nicht ob es ein Männchen oder Weibchen ist, Satori. Satori, eine kleine dicke Runde, ja wie gesagt, Mann oder Frau, mit einem komischen Hütchen und einer sehr, 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 sehr grellen Stimme, zumindest im deutschen Dab. Ich weiß nicht wie es damals beim englischen Dab war, habe ich mir noch nie angeguckt gehabt. So, auf jeden Fall, wie alle der Priester beherrschte, das Observationshaki, beziehungsweise wie es dort hieß, Mantora. Das heißt, sie konnte einfach Bewegung ihrer Gegner vorhersehen und konnte Stimmen in, ja, einer hohen Entfernung wahrnehmen. Auch wenn sie relativ dicklich ist, ist sie trotzdem extremst beweglich. Also sie jumpt einfach durch die Gegend, das ist nicht mehr feierlich. Sie kann Explosionsbälle hin und her bewegen mit ihren Schnüren und die dann halt eben auf die Gegner feuern. Diese Bälle beinhalten nicht unbedingt eine Atomexplosion, aber können auch Sachen wie zum Beispiel Vögel beinhalten oder Blumen oder andere Fallen, die halt auf Gegner geschossen werden. Zudem hat sie in ihrem Handschuh ein Impact Dial drin, mit dem sie eine verheerende Fähigkeit einsetzen kann. Impact. Ja, sie ist die Meisterin der Prüfung der Bälle, was gut zu ihrem Erscheinungsbild passt. Hier hat man eine Überlebensquote von 10%. Überall in einem gewissen Radius sind Bälle verteilt und diese Bälle beinhalten immer etwas. Man weiß nur leider nicht, was genau. Das ist so ein kleines Psychospielchen, denn oftmals sagen sich die Gegner, hey, bevor ich von irgendeinem Ball getroffen werde, lasse ich mich lieber von ihr schlagen oder ihm. Das ist echt ein Problem. Und damit macht sie halt ihre Gegner langsam aber sicher mürbeln. Denn wie gesagt, diese Bälle können manchmal explodieren, manchmal sind Nieten dabei, wo einfach nur irgendwelche Blümchen auftauchen oder es werden Nägel verschossen oder Vögel kommen raus und hacken die auf den Kopf. Man weiß es halt einfach nicht. Das ist das Problem. Das heißt, man muss gleichzeitig immer ihr ausweichen, beziehungsweise ihm und den Bällen. Wenn wir uns das mal überlegen, sie könnte durchaus noch ein bisschen stärker werden, wenn sie ihr Observationshaki verbessert. Und auch das Rüstungshaki könnte natürlich nicht schaden, wobei ich das bei ihr jetzt nicht ganz so extrem mit ihrer Art zu kämpfen, finde ich jetzt nicht ganz so Hammer. Ich meine, sie könnte vielleicht höchstens noch, wenn sie ihre Schnüre hat, wo die Bälle dran verbunden sind und die mit Observationshaki ausgleicht, das als riesigen Hammer benutzen. Aber sonst war so für mich der schwächste aller Priester. Dann kommen wir auch gleich zu Priester Nr. 2 und das wäre Aum. Auch er besitzt das Observationshaki und ist ein Schwertkämpfer und sieht richtig badass aus mit seiner Glatze und seiner Sonnenbrille. Aum. Kurz einen Moment. Sein Schwert ist aber kein normales Schwert, denn es hat ein Dial drin und zwar das Eisenwolkendeal. Das heißt, das Schwert ist zwar an sich nicht so stabil wie ein normales Schwert, aber es lässt sich verformen. Das heißt, er kann schlagen, er kann das Schwert entweder extrem lang machen oder extrem kurz oder er kann daraus sogar ein Schild basteln, um sich vor gegnerischen Attacken zu schützen. Das heißt, diese Schwertklinge, die in dem Fall weiß ist, also wie eine Wolke, pumpt sich dann auf zu so einem riesen Schild und kann sich halt so vor gegnerischen Attacken wehren. Zudem hat er einfach noch einen riesigen Köter bei sich namens Holly, der gleichzeitig boxen kann. Also er hat ihm das Boxen beigebracht. Auch der ist extrem gefährlich, also er haut gut rein und er, ja, ist auch extrem schnell. Problem war eine Sache bei einem Hund ist, er ist ein wenig zu gut trainiert, denn er gehorcht einfach jedem. Das haben wir gesehen, als Zorro ihm irgendwelche Sachen befohlen hat. Na gut, auf jeden Fall, Aum selber ist sehr ruhig, also er lässt sich nicht schnell aus der Rage bringen oder aus der Fassung bringen. Er hat immer einen kühlen Kopf und ist dementsprechend dann natürlich auch gefährlich. Und er ist der Meister der Prüfungen des Eisens. Die Prüfung des Eisens hat eine Überlebensquote von 0%, wobei das ja auch nicht mehr stimmt, weil es so hoch hat es überlebt. Aber gut, zu dem damaligen Zeitpunkt noch eine Überlebensquote von 0% war somit die schwierigste aller Prüfungen. Überall waren im Boden und sowas kleinere Minen aufgebaut sozusagen. Wenn man draufgetreten ist, hat sich halt so ein riesiger Eisendraht mit Stacheln und sowas gebildet und hat halt den Gegner natürlich verletzt. Extrem war die Attacke, als dann auf einmal der Hund Holly einfach losgerannt ist und alle möglichen Fallen ausgelöst hat und sich überall so riesige Eisenketten aufgebaut haben. War dann so ähnlich wie bei Doflamingos Birdcage. Oder wie auch immer die Fähigkeit hieß. Der Gegner konnte halt dementsprechend nicht ausweichen und war dann sozusagen in so einer kleinen Arena gefangen. Und mit seinem Schwert, was sich halt natürlich auch in die Länge ziehen lässt, war Aum da halt doch sehr im Vorteil. Aber Zoro hat ihn jemals natürlich besiegt. Wenn wir uns hier jetzt mal belegen, natürlich mit einem besseren Observationshaki ist für einen Schwertkämpfer immer sehr, sehr gut. Aber auch das Rüstungshaki wäre bei ihm mit seinem Schwert echt geil gewesen. Ich stelle dir mal vor, ihr habt so eine Rüstungshaki ummantelte Klinge, die sich halt auf 20, 30, 40 Meter strecken lässt und durch die Gegend geht. Oder halt auf einmal ein Schild aufbaut. Da könnte er sich sogar locker gegen irgendwelche Logia-Fähigkeiten schützen. Also bei ihm wäre doch durchaus Potenzial noch da gewesen. Dann haben wir Priester Nr. 3 und zwar Shura. Auch er besitzt wie alle Priester des Apejats das Observationshaki. Hat zudem eine Lanze, mit der er extrem gut umgehen kann. Also er kann sich echt schnell bewegen und einfach richtig kräftig damit zustoßen. Zudem ist aber in seiner Lanze auch noch ein Hitze-Dial eingebaut. Das heißt, diese Lanze erhitzt sich. Wenn sie dann auf den Gegner trifft, erstens brennt das extrem. Das heißt, die Gegner fackeln oft einfach ab. Sie haben natürlich extreme Schmerzen aufgrund der starken Hitze. Und es kann sogar Rüstungen und sowas schmelzen. Dann hat auch er einen Partner. Und zwar Fusa, also einen riesigen Vogel, auf dem er immer fliegt. Und der Vogel ist extrem schnell. Er ist natürlich auch extrem riesig. Und hat zudem noch ein Flammen-Dial in seinem Maul. Das heißt, er kann auch noch Feuer speilen. Ja, kann man mal machen. Der eine hat einen Hund, der andere hat einen Vogel. Er ist der Meister der Prüfung der Schnüre. Genau, so hieß es. Hat er eine Überlebensquote von 3%. Also leicht schlechter als die von Aum. Und es ging dabei einfach nur darum, dass überall Schnüre aufgebaut waren. Und er sich halt schnell hindurch geflogen ist. Und sein Gegner, die ihm halt versucht haben, hinterher zu kommen, haben sich halt oft in diesen Schnüren verfangen. Und wenn sie dann gefangen waren, kam er einfach mit seiner Lanze. Und weg war der Gegner. Schwierig. Er musste gegen Gunford antreten, der ebenfalls mit seinem Vogelpferd durch die Gegend geflogen ist. Und es war echt ein spannender Kampf, richtig auf Augenhöhe. Am Ende wurde aber Shura natürlich auch irgendwie besiegt. Wenn wir uns hier jetzt mal überlegen, natürlich ein Observationshaki wäre dabei nicht schlecht. Er könnte die Bewegung seines Gegners vorahnen. Und können sich schon darauf vorbereiten, ob er sich verheddert oder halt eben nicht. Und auch ein Rüstungshaki könnte mit seiner Lanze gar nicht mal so schlecht werden. So eine Hitzelanze, die dann auch noch mit Rüstungshaki ummantelt ist, haut doch schon ordentlich rein. Vor allem halt, wenn er irgendjemanden trifft mit einer Teufelskraft. Ich meine, durch das Rüstungshaki trifft er ihn halt trotzdem. Und dann trotzdem noch die Hitze. Respekt. Wäre bestimmt keine schlechte Waffe, als gäbe auf jeden Fall durchaus schlechtere. Dann haben wir noch, zu guter Letzt, den vierten Priester. Und zwar Geh dazu. Auch er besitzt das Observationshaki. Hat Chat-Diale in seinen Ellenbogen, mit denen er sich halt sehr schnell zuschlagen kann. Dann hat er noch Milky-Diale an seinen Schuhen, mit denen er einfach fliegen kann. Und er kann Sumpfwolken aus seinen Handflächen entstehen lassen. Sumpfwolken, wenn man da drin gefangen ist, in so einer Wolke, dann ertrinkt man halt einfach. Ja. Ist logisch, man ertrinkt in einer Wolke. Aber gut, das hat man ja auf Sky Island öfters. Auch mit den riesigen Wolkenflüssen. Naja gut. Wenn er sich selber mal verheddert hat, oder halt in so eine Sumpfwolke aus Versehen reingegangen ist, konnte er sich halt immer mit seinem Milky-Dial, mit dem er rausgeflogen ist, einfach wieder aus dieser Wolke befreien. Kann halt nicht jeder Gegner. Die Überlebensquote bei seiner Prüfung der Sümpfe lag bei 50%. War also mit Abstand die schlechteste aller Prüfungen. Liegt leider auch vielleicht an Gedazus Art. Denn Gedazu war ein bisschen, ja, nicht ganz helle, der Junge. Hatte so einige Ticks drauf, wie zum Beispiel, dass er halt immer seine Augen verdreht hat und dann nichts mehr gesehen hat und den Gegner nicht mehr gesehen hat und sowas. Ja, deswegen wurde er auch von Chopper abgefertigt dann irgendwann, ähm, ja, war halt so eine blöde Sache. Aber Gedazus ist der Einzige, den wir vielleicht wieder in der One-Piece-Welt wirklich sehen könnten. Denn er hat seine eigene Cover-Story bekommen. Als er damals ins Blaumeer gefallen ist, uh, was war denn da nochmal? Irgendwas mit einem Maulwurf. Er hat irgendwie so eine Art Firma aufgenommen oder hat angefangen, in irgendeiner Art Firma zu arbeiten. Ich glaube, irgendeine Firma, die einen riesigen Maulwurf beschäftigt hat, der irgendwie rumgräbt. Irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es nicht ganz, ganz, ganz genau. Ähm, aber wenn er schon in einer Cover-Story war, könnte er durchaus wieder in One-Piece mal auftauchen. Vielleicht ist er ja auf der neuen Welt gelandet. Wir wissen es nicht. Ja, das war es auch erstmal die kleine Analyse zu den Priestern des Upper Yards. Ich hoffe, wie immer, dass euch diese kleine Analyse gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn nein, dann klickt einfach weiter. Hey. Ähm, und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, drückt ihr einmal auf den Abonnieren-Button. Wenn ihr keine Videos in Zukunft mehr verpassen möchtet, wäre auch eine Möglichkeit, falls ihr keinen Bock auf Facebook oder Ähnliches habt. Für die wenigen Leute, die es benutzen, Google Plus. Ja, das gibt es wohl noch irgendwie. Läuft bei mir auch nur so während her. Da kommen halt immer die Videos gepostet irgendwie. Ja, Links findet ihr, wie immer, in der Beschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und haut rein. Ciao. Ciao.